Der legendäre Löwenkönig. Heute, meine Fans, werden wir einen Lost-Change machen in Bros, wie ihr es hier schon seht. Dafür habe ich mir hier in diesem Beutel schon ganz viel Lose vorbereitet. Da stehen alle Brawler drauf, die ich habe, meine Fans. Also wie Amps, Abel, Leon und so. Ja, meine Fans. Und die Brawler und den Brawler, den ich ziehe, mit denen muss ich eine Runde spielen, meine Fans. Oder zwei Runden. Es kommt nun doch an, welchen wir ziehen. Und wir werden heute vielleicht zu drei Runden machen, meine Fans. Also es wird richtig cool. Und schreibt da gerne mal noch andere Video Ideen in die Kommentare und sagen, geht's mal los. Und wir machen die erste Ziehung. Haben wir hier schon mal meinen Beutel. Seht ihr, hier haben wir schon viele Lose drin. Hier, meine Fans. Ja, dann würde ich sagen, tu mir mal mit Augen zu einfach losziehen. Geht's mal los. Wir haben hier schon eins, meine Fans. Wir haben hier ein Los schon. Geht's mal los. Schauen wir mal, was da drauf ist. Der steht drauf. Hippie steht drauf. Das kann ich mal erzählen. Ja, mit der müssen wir also, sagen wir mal zwei Runden spielen. Dann würde ich sagen, den ich ziehe mal aus. Ich würde sagen, ich würde jetzt Brawler machen und wählen einfach mal den Hippie auf. Und dann würde ich sagen, spielen wir mal ein oder zwei Runden. Ich würde sagen, wir spielen, ach, wir spielen eine Pläne runter. So, dann geht's mal los. Und lasst doch gerne einen fetten Daumen nach oben und abonniert gerne diesen Kanal. Und dann war ein Teil der Hashtag der Löwen-Augen. Ich würde sagen, geh jetzt mal los. Und wenn ich solche Challenges feiere, dann schreib doch mal die Hunde auf. Das ist die ganze Zeit, wenn wir nicht so viele Minuten haben. Ich sehe nicht, wie die Teams gefördert sind. Ich habe eine Kamera, das hat meine Fans. Das ist ganz ehrlich, guck mal, ich bin schon ein bisschen komisch. Okay, ich bin tot. Wir haben noch drei Teams. Okay, mein Team-Team-Button muss auch passen. Okay, dann müssen wir, ich zieht schon mal nicht. Und da werden wir vielleicht davon auch noch drei oder so Runden noch machen. Obwohl wir dann einfach ein Los sind und den Pläne müssen wir spielen. Wenn ihr mal andere Vorschläge habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, dann beschließt die Frage. Ich bin so gut. Ich kann mit Hippie nicht so gut spielen. Das war wahnsinnig. Es ist echt einecuts Żarwiese. Okay, ich kann mir jetzt mal unsere Damascus gehen. Ich rope mich, oppress mich, myth, dicke. Jetzt darf man uns das wieder abnehmen, oder acidic, dicke. 3. Platz meines Erachtens, aber trotzdem gut. Wir machen in diesem Video mit jedem Korre, den wir aus meiner Losbox gezogen haben. Immer 2 Runden, wenn wir sagen, geht's bei mir. 2. Runde. Und es werden jetzt auch nicht immer so viele Live-Spieles kommen, weil ich mit der Schule viel zu tun habe. Also es werden mehr Videos kommen, nehmt's mir nicht böse und freut euch drauf, nehmt's. Das suchen wir in meinem Gegner, wo wir noch jemanden umdrehen können. Das müssen wir nicht umdrehen. Das kann man auch machen. Der kann nicht aufhören. Der kann nicht aufhören. Der kann nicht aufhören. Der kann nicht aufhören. Aber ich glaube, wir werden diese Challenge trotzdem irgendwie meistens, meine Fans. Ja, und lasst euch ja mal einen fetten Daumen nach oben, wenn wir solche Challenge machen sollen. Ja, meine Fans. Und hier ist gesprengt. Wir werden so verlieren. Wir werden so verlieren. Wir werden so verlieren. Und wir sind. Wir werden so verlieren. Ja, sie haben hier wieder ein Los, möchte ich sagen, essen wir es mal. Und wir haben gezogen, checken die meine Fans. Also würde ich sagen. Also würde ich sagen, wählen wir es ja einfach mal auf. Wir haben es ja ausgelöst und es geht los. Die erste Runde werden wir zwei Runden spielen. Egal ist mit Minus machen oder so. Wir müssen mit Check spielen. Am besten wäre es ja eigentlich, wenn wir Plus machen würden. Aber da glaube ich jetzt noch ganz dran. Aber wir können es schaffen einfach. Ich bin grad voll los. Das kann sein, dass ich irgendwie los bin. Wie gesch 7ik? Wann wiss? Gott, ich muss nicht. Sie sind dran. Schewei. 110, ich hatte der René. Wir hätten sie fast gehabt. Ich glaube das kann aber aus mein. Dich haut jetzt einfach doch darin. Und hier dann voll angekesselt. Das wird gemein. Heben, hier sind in vier da meinicio. Aber jetztalkapier, in propre career, wenn ich da nicht drauf bin. Ist aber es jetzt Kinef. Und schreibt doch mal rein, was ich noch vergessen könnte an meinem Kanal oder so. Schreibt es einfach mal rein. Oh, Leichter Bad Wirt. Ich habe ihn auch noch getroffen, meine Fans. Wir sind wieder vierter, meine Fans, und wir ziehen den nächsten vor. Geht es weiter mit der nächsten Ziehung? Und wir haben einen Sack hier, wir mischen ihn an unsere Ziehung. Geht ihr? Machen wir die nächste Ziehung. Und die letzte Ziehung, würde ich sagen, zieh mir jetzt noch einen Thrower und spielen wir zwei Runden mit. Okay, wir haben wieder einen Zettel. Und wir haben Piper, meine Fans. Also meine Fans, wie ihr das seht, wir haben Piper. Jetzt würde ich sagen, wählen wir mal Piper aus. Dann würde ich sagen, geht's mal los in die Runde, meine Fans. Die Zettel haben wir alle schon, also zwei Zettel. Ja, und schreibt mal rein, wie euch das gefallen hat, wenn wir mit diesen zwei Runden fertig sind. Ich glaube, wir können jetzt vielleicht mal gewinnen. Das können wir wahrscheinlich nicht. Aber ich habe hier einen richtigen. Hättchen Futter, meine Fans. Ich habe es gesehen. Also... Er hatte nichts. Er hatte nichts. Er hatte nichts. Okay, ich glaube, das war es. Das war es. Dann würde ich sagen, das war's. Ja, meine Fans. Mit dieser Map kann man nicht so gut spielen. Aber wir haben diese Challenge. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt die zweite Runde. Das ist schon die dritte Runde. Aber ich meine, plus die zweite Runde vom Spiel. Würde ich sagen, geht's mal weiter. Und schau doch gerne mal auf mein Instagram vorbei. Der Runde-Cola hinter Hause. Würde gerne mal vorbei. Was will ich machen? Ich will den Kiefer rein. Ich will den Kiefer rein. Ok, ein bisschen... Schreibt doch gerne mal in die Kommentare wie ihr's heuliche ... Schreibt's einfach mal unten in die Kommentare. Das war's mit diesem Video. Mit dieser Los-Challenge, meine Fans, würde ich sagen, wir haben ja hier noch verlostet. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr noch einen Teil 2 haben wollt und lasst einen fetten Daumen da oben da oben. Und checkt auch gerne meinen Twitter ab. Ihr seht auch hier noch mal eingeblendet hier. Und mein Instagram. Checkt gerne ab. Und schreibt mal ein, wie euch solche Details gefallen. Da würde ich sagen, wir haben einen schönen Tag. Und abonniert diesen Kanal. Wir sagen nur einen schönen Tag. Und Ciao, Ciao. Bis zum nächsten Mal.